So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mit Battlefield 1 bin ich zurück und einer Waffe aus dem In the Name of the 2 DLC, die dazugekommen ist, das SMG-08-18 Werk. Und ihr könnt natürlich auch die Visiervariante freischalten. Da müsst ihr 50 Kills mit der M19-18 Graben machen und 5 Panzerkillen mit der Panzerabwehrmine. Was ein bisschen schwerer ist, deswegen habe ich sie noch nicht freigeschalten. Ihr seht jetzt hier gerade die Waffe und sie ist wirklich cool vom Aussehen her, nur es gibt ein paar Probleme mit der Waffe. Also, wie ihr sie bekommt, ist, ihr müsst 15 Kills mit der MP-18 Graben machen und das natürlich alles mit dem Sturmsoldat. Und 10 Kills mit der Panzerabwehrgranate, die ich hier gerade hingeworfen habe, damit man da nicht mehr drüber stolpert. Und ja, diese Waffe hier sieht auf jeden Fall cool aus. Ihr habt 81 Schuss und könnt damit auf jeden Fall ordentlich lange schießen. Nur, die Feuerrate ist nicht ganz so hoch. Sie hat 450 RPM. Also, sie ist so ein bisschen in der Mitte drin von den Waffen. Aber, sie hat natürlich viel Schuss. Das ist natürlich schon sehr gut, wenn sie so viel Schuss hat. Aber das Problem ist, der Schaden ist 23 und der fällt sehr schnell ab. Also, ihr könnt mit ihr auf mittlere Distanz noch ganz gut spielen. Auf kurze Distanz auf jeden Fall und mittlere Distanz geht es noch. Aber sobald es längere Distanz wird, da müsst ihr schon dann ziemlich gut zielen und bursten, weil der Schaden halt nicht allzu hoch ist. Und wenn ein Gegner eine schnell schießendere Waffe hat als ihr, ihr seht es jetzt hier gerade, also ich treffe ihn zwar, aber ich mache so wenig Schaden, das reicht nicht aus, um dann eben den Kill noch zu machen. Dann kann jemand anders drauf schießen und der ist dann tot. Aber, wie gesagt, das Magazin ist sehr groß. Das ist natürlich ein guter Vorteil. Aber dadurch, dass der Schaden so schnell abfällt, ist es natürlich nicht so einfach. Und, ja, die Nachladezeit, die ist bei der Waffe bei 4,5 Sekunden, wenn das Magazin leer ist. Und wenn ihr noch eine Kugel im Lauf habt, dann 3,95 Sekunden. Also, die Nachladezeit dauert ein bisschen. Ihr solltet auf jeden Fall überlegen, wann ihr nachladet. Dadurch, dass ihr natürlich 81 Schuss habt, müsst ihr das nicht allzu oft machen. Aber mir persönlich passiert das natürlich trotzdem, dass ich immer wieder mal noch nachlade. Und, ja, dann kann es sein, dass man eben stirbt, weil die Nachladeanimation ein bisschen länger ist. Und ansonsten finde ich die Waffe auf jeden Fall nicht schlecht. Also, die Kugelgeschwindigkeit liegt bei 380 Meter pro Sekunde. Also, wie gesagt, das ist nicht die schnellste Waffe. Und sie hat halt einen großen Konkurrenten. Und das ist die Hellriegel. Denn die Hellriegel hat ja fast genauso viel Schuss. Oder zumindest ähnlich viel Schuss im Magazin. Und ist halt aber schneller am Schießen und ein bisschen präziser. Deswegen, ja, ist schwierig mit der Waffe. Ich denke mal, wenn die, wenn das sich ändert, also wenn die, wenn die Balance sich jetzt ändert, was gerade in der CTE getestet wird, die neue Balance der Waffen, dann denke ich, wird die Waffe sich noch ein bisschen verändern. Und eventuell stärker gegenüber der Hellriegel werden. Aber aktuell ist es halt so, die Waffe kann man auf jeden Fall spielen. Aber es gibt halt eine stärkere Waffe eben in der Assault-Klasse. Nämlich die Hellriegel. Und deswegen, ja, werden einige von euch, denke ich mal, schon die Waffe testen. Aber dann schnell wieder zur Hellriegel wechseln wahrscheinlich. Weil die Waffe eben die bessere Option ist. Ich finde die Waffe trotzdem toll. Also, ich finde sie trotzdem schön. Nicht nur, weil sie toll aussieht. Ich mag das halt, wenn Waffen mal ein bisschen ein Design haben, was man nicht so oft sieht. Und dadurch, dass die Nachladeanimation auch richtig cool ist, dass man eben diese Klappe aufmacht und dann dieses Magazin von der Seite rauszieht und wieder reinschiebt. Das finde ich auch sehr cool. Und hier seht ihr es jetzt auch. Auf die Distanz, wo ich jetzt schieße, brauche ich richtig, richtig lange und viele Schüsse, um ihn zu töten. Und auch hier jetzt auf die Distanz. Klar, der war jetzt vor mir. Aber es ist wirklich nicht einfach, mit der Waffe eben auf so lange Distanzen zu killen, dass sie eben nicht den größten Schaden macht. Aber ja, ich finde trotzdem, wie gesagt, die Waffe lohnt sich zum Freischalten auf jeden Fall. Nicht nur wegen dem Design, weil es einfach auch Spaß macht, mit ihr zu spielen. Zumindest auf kurze bis mittlere Distanz kann man mit der Waffe auf jeden Fall gut was austeilen. Es kommt natürlich auch darauf an, was spielt der Gegenüber, welche Waffe hat der Gegenüber. Gerade wenn ihr natürlich gegen eine M1918 Graben spielt oder eine BR vom Versorger und so, die wo halt deutlich schneller schießen, dann könnte es schon gefährlich werden. Und ziemlich, ja, dann wird der Zweikampf wahrscheinlich meistens verloren. Aber dennoch finde ich, ist die Waffe auf jeden Fall einen Blick wert und kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich finde, dass sie auf so Maps wie eben hier Vorherrschaft oder eben so Rush oder so, kann man die Waffe auf jeden Fall sehr gut spielen. Ihr seht es hier im Nahkampf, klar, der hat jetzt nichts gemacht. Aber so in kurzen Distanzen kann man wirklich schnell den Kill machen. Hier jetzt natürlich, habt ihr es gesehen, der Automatico, da hat man keine Chance, weil die natürlich viel schneller die Schüsse raushaut. Und in dem Moment war ich auch am Hochklettern, also war ich ein bisschen ein Nachteil. Aber dennoch auf jeden Fall eine Waffe, die ich euch schon empfehlen kann, mal freizuschalten. Einfach auch schon wegen dem Design, weil es eben eine Waffe ist, die sich ein bisschen abhebt von dem Rest und generell sich eigentlich schon gut spielt und schon viel Spaß macht. Eben auch wegen dem großen Magazin. Und ja, das ist eigentlich so ziemlich alles, was ich zur Waffe sagen kann. Ich hoffe natürlich, dass ihr weiterhin viel Spaß habt. Und die Waffe freizuschalten ist, wie gesagt, nicht allzu schwer. Sollte man schnell schaffen. Und die Visiervariante, ja gut, da muss man die Panzerabwehrminen benutzen. Die sind natürlich, das basiert dann natürlich schon ein bisschen auf Glück ab und zu, dass man halt Panzer hat, die durchfahren. Und ja, aber das schafft man dann, denke ich, auch nach der Zeit. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich weiterhin viel Spaß mit Battlefield 1. Und mit den Aufträgen, die Dienstaufträge sind auch sehr heftig. Also da gibt es auch noch einiges zu tun für mich. Und ja, dann komme ich damit jetzt auch zum Ende vom Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Video. Und schaltet die Waffe vielleicht mal frei, schaut sie euch mal an. Und dann könnt ihr mal schreiben, wie ihr sie so findet. Vielleicht habt ihr sie schon und spielt mit ihr. Ich finde sie wirklich nicht schlecht und auf jeden Fall eine Freischaltung wert. Ja, dann sage ich mal bis bald zum nächsten Video. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ich war es, euer Monster. Ciao. Wir verlieren Einsatzteam Albert. Augen auf, Sanitäter! Wir müssen wir überinnen! An workers sind nicht mehr so weit.